Du, Eddy, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll dat? Aufs Maul! Das kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... dann klatscht es. Äh, Uli, weiter auf, meine Räder. Oh, sechs Sekunden, ja, ja, ist klar. Moinsen und willkommen bei Staffel 27 mit der Folge 34. Immer noch dabei sind Ragnar, Energetik, Snowaim und Newcomber York. Hey, danke, Hallöchen. A.K. Org. Ähm, wir wollen... Wir wollen jetzt hier wieder zu Trade. Schnaufe tief durch, genau. Voll tief Luft. Nach der letzten Aktion auf der Euroweg. Na ja. Trotzdem gut gemacht. Hätten wir ein bisschen mehr Muni gehabt, dann wäre es ganz anders aussehen. Schreiben meine Hater schön. Selbst den Hälften schritten. Ja, wir sind nicht so... Oh, bitte, Spritzen haben wir keine. Nicht so gut ausgerüstet. Andy hat schon mal die Kiste aktiviert. Mal gucken, ob wieder ein Heli kommt. Und irgendein Schnapp oder der Rauch springt und sich die Beine bricht und stirbt. Oh, warum knistert es denn hier? Ach so, ist der kaputt. Okay. Ich bin bei der Kiste direkt unterm Waggon. Weil ich gerade mal hochgehe, wenn ich schon mal den Anzug anhabe. Mhm. So mache ich das doch jetzt mal. Wenn hier was kommt, sage ich Bescheid. Jo. Die Kiste gibt es dann hier oben. Ich sehe bis jetzt nur... Wo denn? Meiler? Ja. Drei. Drei. Drei Stück? Ich habe beide. In dem Meiler war ich schon... In dem guten, meine ich. An den kaputt noch nicht. Ich bin kaputt. Eine grüne, ich bin bis jetzt erst. Der kaputt hat zwei. Der kaputt hat zwei. Eventuell auch eine Waffenkiste. Aber wo? Zwischen diesen Trümmern. An den Seiten immer. Wenn du oben drin im kaputten bist, immer an den Seiten. Dann hat die ja hier nur einen gehabt, bis jetzt. Ja, okay. Ah, nee, da ist mal einer. Darum gibt was, gute. Ach, oh, haule ab, ey. Das ist doch ein Witz. Dafür fressen ich jetzt die 14 Strahlung oder was? Oh, das ist doch ein Witz. Was ist denn da einer von euch? Nein. ich kann sagen hier ist auch keine kiste mehr auf dem dach oben drauf war schon eine und gehe ich da hoch sie dich wirklich kannst du mich nicht werden er läuft doch hier bei uns ich will es nicht unten lauf ich lang okay sehe ich auch ich will ausschau halten darum auch so unsere ganze karten jetzt weg ich meine grüne haben wir genug aber die rote und die blaue na ja gut die blaue kriegst du in der regel ist ja nicht immer weg und da ist wieder kater felix sky heißt er hat nichts damit zu tun dass du geld bekommst von sky jahres abo hier nehmen sie katze bitte nach uns ja dann schleicht man sich bei odi ein und dann gibt es werbung für den sender ist totaler quatsch sky scheiße gefilmt so dieselben da hinten ist ein kaputter großer heli auf süden da retten tier ganz komisch auf 40 und da kommt das schiff gerade drin zwei kisten drauf wir haben es wirklich das nicht meinte mit zwei smg screen heute schüssen bei den counter und kann doch munition dabei erst ins deck dann ist er noch so glaube ich 13 achten noch ungefähr schätze ich war auch was passiert was spannendes noch ich glaube du ist jetzt so weit am arsch der welt wird kinder herkommen beim letzten mal ist auch jemand gekommen kurz vor ende und morgens ist auch ein cargo schon jemand wie steht denn das tg ist das eine kann man sagen dramatisiertes gehirn keine ahnung aber ganz schön groß ist ein maul da da passiert gar nichts kann ich den zuschauer nicht antun ich habe eben gesagt wo ich bin wenn wir vortäuschen dass wir uns gegenseitig bekämpfen dann warum nicht und zählen wird nicht gemein den leuten los den ist dankbar ist ja als moment man schießt noch einer aus welcher richtung ich krieg strahlung ich habe nicht den besten schutz ich habe der mann er siege geben jetzt wieder ja schmeiß runter genau ich habe so und jetzt ich besorgte gleich neue klamotten wurde wo liegt da wir bekommen da wurde ding drin ist scheiß dicke blutung aber ich weiß nicht das tod ist und ich habe zu essen genommen hast du den kühlschrank da oben hingestellt ich war noch mal kurz verfahren zum essen für uns alle aber ich muss jetzt sagen könnt ihr euch bei kala schon dienst der hinter fox köpfe ich denn es ist nur ein müssen die kleine missmale so verorgen drei treffer vielleicht näher wohl nicht er hatte noch das ist doppelte drücken erst bevor ich hier so 52 leben ok auf mich alles headshots was hat der weiß der weiß der weiß ich tot bin kommt doch noch einer ich raste aus ihr kommt zurück ja sind zwei ja zwei stück wenn wir das nicht ernst nehmen wird noch den piep ich weiß nicht ja ich bin gerade mit als ob moni da ist ja ist da was sich ja auch schön aber ja gut mit dem noch ja aber hätte nicht gewusst dass du da bist wenn du freundlich geschossen ja die kette oder über zum anziehen da ich bin alle hier ist eine rote jaffe und nehmen wir stoff und machte unterwegs noch was habe ich jetzt nicht die kiste wein ich bin da und ich komme nach Ja, den haben wir jetzt gelootet? Echt jetzt? Ja, schnell, komm, 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 komm. Ja, ich bin ja schon weg. Der ist low. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich beiebe mich ja schon. Shit, ich habe mir einen mitgegeben, ich habe ihn erwischt. Mit wat? MP5, Sebek. Sebek. Das ist der. Wer ist hinter mir? Wer ist hinter mir? Ich finde das. Noeim, du musst vorrennen, du musst mir zeigen oder dich als Opfer anbieten, dass ich weiß, wo er ist. Ich habe auch nicht. Die Kiste ist jetzt auf, ihr müsst euch beeilen, der ist jetzt an der Kiste dran. Warte mal, Kiste ist... Ich laufe ja schon, so schnell es geht. Der läuft nach links weg, ich versuche von links einzukreisen. Es sind zwei. Nein, der eine ist tot, der eine ist tot, der eine ist tot. Nee, ich habe zwei Leute laufen. Oh, hat er aufgehoben. Kann er nicht. Ja, der lag nur, oder? Nee, nee, der habe ich gefinisht. Okay. Dürft ihr eigentlich nicht aufholen? Ich habe zwei Leute laufen, die spritzen sich. Ah, scheiße. Pressen sich hoch und laufen jetzt in... Eure Richtung, ein bisschen da hinten weg. Da jetzt rein, da wo ihr seid, jetzt rechts rein. Ich sehe sie. Ich komme mal von der anderen Seite. Vielleicht kann ich sie ablenken. Der ist aber echt komisch. Er ist links rüber. Ja, okay. Einer kommt hier gerade. Straße, einer ist links rüber. Ja, einer ist direkt formel. Na, Milch. Beide kommen jetzt. Ah, der ist doch nicht normal, Alter. Ja, da ja das jetzt gerade eben nicht so geklappt hat, mit dem AK-Gebäuder und SMG, nee, was hat der? Der MP5 gehabt. Wollen wir jetzt eine Runde raiden gehen. Ich hoffe, dass... Ich glaube, ich auch, dass ich hinten rieche. Die anderen sind alle schlafen. Noch die Haken aus dem Garten sind dabei. Ach, dieses Equipment, weil ich das sehe, ne? Oh, naja. Hier, Spritze. Und noch einer. Aber ich nehme die nächste. Ich habe ja schon zwei geworfen. Frag nach, ich bringe sie dir mit. Sorry, habe ich nicht gesehen. Mach nix, mach nix. Ich habe eine Brille auf. Ist die Base weiter unten gewesen oder weiter oben? Ja, die ist unten am Wasser. Am Wasser. Okay. Boing. Mein Gott, was ist denn das Ding? Schluck dir noch rum. Schluck auf? Nee, musst du niesen. Wieso? Schon nötig. Ja, wir sind da. Ja. Ich dachte, das ist wie Schnappatmung oder so. Da hat man nicht wieder geil gemacht, wenn man es im Po oder so. Ja, passt da. Ich laufe hinter dir. Nee, er läuft neben mir. Jetzt, ja. Ja, ich laufe hinter dir quasi. Wolltest du ganz sagen. Hm. Hm. Oh, die. Tja, ich ziehe halt solche Leute halt leider an. So, Schlafsack und Ding. Zack. Jetzt würden deine Hater sagen, die Scheiße zieht die Fliegen an. Ah ja, dann sage ich einfach dazu, HDF. Lieber Hater. Hab dich voll lieb. Hm. Voll mit F. Oh, ist das Singerspieler. Ja. Ja, drauf geschissen. Los, komm, eine Satchel runter. Äh, Uli, Alter. Offline-Railer. Oh, sechs Sekunden. Ja, ja. Hm, ist klar. Guck mal, der Waffe mit der Waterpipe, Alter. Guck mal, er muss nur anvisieren. Krass. Ja, sicher. Er muss ja treffen. So ein Noob. Und, Metall? Holz. Okay, Achtung, Zweite kommt. Weg da. Das Ding ist nicht vertrauenswürdig. Jetzt sind keine sechs Sekunden hier. Da steht nämlich sechs Sekunden. Sechs bis zwölf Sekunden. Was denkt ihr davon gesagt? Das waren vielleicht schon mit drei Sekunden jetzt. Wenn überhaupt. Unfassbar, ey. Oh, Entschuldigung. Unser erster Satchel Raid seit... Alter, keine Ahnung. Ja, rein da. Da wird aber keine Shotgun-Trap haben. Loll. Boah, voll hier. Oh ja, super. 5,56er. Das ist ganz glatt. Ja. Wow. Hat einen AirDrop gedootet. Oh ja. Oh ja. Voll toll. Geil. Ja. Ja. Lass uns mal so stehen. Ja. Glück und fülle auf dem Video. Tschüss. 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 Tschüss.